Moin Freunde, hier ist wieder die Schmäle, sorry, ich hab kein Nasenschnupfen oder sonst was, wenn das jetzt überhaupt richtiges Deutsch war. Wir gucken uns wieder den Item Shop an, die Item Shop Videos sind echt ganz ganz cool, liegt einfach da dran, weil sie cool sind und der Shop klein ist. Ihr seht, so ist der OG Shop, der OG Shop sieht so aus, ist immer nur so klein. Einmal ein komplett neues Shop Bundle, das ist der Kartengeber, das war in Chapter 4 Season 4 jetzt tatsächlich, also letzte Season, bei einem neuen Heistort. Der Boss, ne, einmal als Skin mit, ähm, ja, hier diesem richtig coolen, also die Spitzhacke sieht sehr sehr cool aus und vier verschiedenen Tarnungen. Ist jetzt als Bundle komplett erhältlich, kann man sich nur als Bundle kaufen. Einmal dann Raptor für 2000 V-Bucks, die Arctis Assassinen für 1002, Dynamo für 1002, die Eisbrecher-Spitzhacke für 500, die Schattenagenten für 1500 V-Bucks und zu guter Letzt das, ähm, Spitpaket Flakes, ähm, einmal natürlich mit dem Sichelschläger, Schnorchelops und dem Luftschiff als Gleiter. So sieht der Shop aus, im Großen und Ganzen. Mir gefällt er eigentlich sehr sehr gut, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, das war's gewesen, haut rein, euer Schmähle und ciao!